Die gehen wir natürlich alle ab, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Muni vorhanden haben. So, wäre taktisch klug. Deswegen gehen wir auch mal schnell auf die Plattform. Alter. Ah, ist ein Scharfschützengewehr. Muss jetzt nicht unbedingt join. Vor allem werden wir schon wieder in eine Räumlichkeit hineingehen. Zumindest wollen. Ah, immer noch der kreisliche Husten hier am Start. Der hier weg muss. Oder der raus will. Aber der soll mich jetzt nicht beirren. Bei den Ehren. So, waren hier auch noch? Ne, das war ein anderer Durchlauf, wo die zwei waren. So, irgendwie sind hier so wenig Leute. Dode. Achso, hier sind Stromkasten. Und jetzt muss ich da irgendwie... Hä? So, das Spiel ist schon mal gespeichert. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Off. Alter. Ich schalte mal die Sicht wieder ein. Die Cryvision. So, du haust ab mit deiner scheiß Granate hier. Alter. Du auch noch? Na, stirb. So, nachladen. Aua. Alter, was ist hier los? Hörst du auf? Alter. Alter, die werfen hier Ostereier ohne Ende. Alter. Spinnt ihr? Spinnt ihr denn? Fuck. Alter. Alter. Ich hab doch nen Arsch offen. So, geh mal ran hier. Aua. Haben wir hier schon wieder angeschossen. So, aber wo sind die Leute? So, metzelt man uns hier durch. Gespeichert ist ja. Komm, geh down. Erwischt. So, da haben wir 300 Schuss für. Aber jetzt muss bald mal Schluss hier sein. Alter. Aber ich muss eh da rüber. So, schneller. So. So, komm schon. Ah, fuck. Da erwischt er mich. Eiskalt. Eiskalt hat er mich da erwischt. Shit heavens. Da müssen wir halt nochmal rin. Alter. So, schalte ich gleich mal ein. Habe hier klar schon mal Vorteile. Alter. Was ist hier los? Fuck. Muni leer. Und dann wirft er ein Osterei. So. Alter. Geht ja mal voll nicht. Alter. Alter. Ist das krank. Das ist echt krank, wie viele Leute das da drin sind. So. Try Vision an. Und ab dafür. So. Ich bleib hier erstmal sitzen. Wo steckt der Kerl? Vielleicht hilft es ja was. Sieht aber nicht so aus. So. Ich bleib hier. Komm schon. So. Granaten weit wurf. Aber so weit kommt er nicht. So. Fuck off. Fuck. Stirbt. Wie viele Leute denn noch? So. Cry Vision an. Alter. Da knipst du mir mal wieder die Lebensgeister aus. Alter. Sind da ein Haufen. Okay. Kamikaze ist da nix. So. Die ist es. Die ist es wohl. Hast du das gehört? So. In Deckung gehen. So. Granate hier rüber schmeißen. Fuck. So. Komm schon. So. Ihr hört auf hier mit Granaten zu schmeißen. Das darf nur ich. Alter. 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 Fuck. Auch nicht mehr feierlich hier. Alter. 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 Huh. Down bekommen. Nein. Die ist leer. So. Die zwei haben wir auch hier umgelegt. Wow. Traut sich der hier nochmal rum? So. Wo ist er? Na. Jetzt ist meine Cry Vision aus. Scheiße. Total unpraktisch. So. Nachladen. Wow. Da war ja einer. Wo ist der hin? Wo hat mich der getroffen? So. Umgemäht. Sitzt der Haus ganz still und stört. Kupfer abmacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Fuck. 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 So. Nachladen. Fuck. So. Jetzt müsste ich aber jetzt schon definitiv jeden hier alarmiert haben. Aber wirklich jeden. Hier in diesem Raum. Oder ich werde hier gleich irgendwo heimtückisch niedergeschossen. So. Einsammeln. Egal was wir hier kriegen können. Ich gehe hier die ganze Bucht ab. Vielleicht findet man ja noch irgendwo Lebensenergie. was ich zwar nicht glaube. Da oben wird sich auch jemand verstecken. Gut, dass ich die Cryvision eingeschalten habe. Da bin ich gerade echt froh drum. Dass mich der nicht erwischt hat. So, da oben liegen hilfreiche Sachen. Aber wie komme ich da hoch? So. Nochmal Cryvision an. Hä? Gut. Alles sicher soweit. Fürs Erste. Aber ich will das Ding da oben. Ich darf halt auch nicht mehr zu hoch stürzen. Oder zu weit stürzen. Sagen wir mal so. Sonst bin ich hin. Aber wie komme ich hier hin? Das ist ja ein fieses Ding. Da liegt Zeug rum und ich weiß nicht wie ich hinkomme. Das ist natürlich super. Ich will das Zeug da oben. Ich gehe lieber die Treppe hin. Nicht, dass ich mal wehtue. Ist das mies? Ich will doch nur an das Zeug kommen. Eine Kiste oder sowas finde ich auch gerade nicht. Das Ding werde ich ja wohl kaum schieben können. Das Ding dreht sich auch nicht beim Anschießen. Ach komm ey. Zumindest eine Leiter hätten sie irgendwo dran pappen können. Das wäre zumindest irgendwo nicht so fies gewesen. Oder kann man hier mit laufen? Ach komm. Nicht mal an der Kante kann er sich festhalten. So, müssen wir mal gucken wo es hier weiter geht. Wenn es hier irgendwo weiter geht. So, Muni können wir nicht mehr einsammeln so wie sie aussieht. So, aufwärts hier. Hier ist noch eine Schutzweste. Ein bisschen Watt findet man ja doch das wie uns helfen kann. Aber ich habe echt keinen Peil wie ich da rankomme. Oder ist da drin irgendwas? Nee, auch nicht. Die hintere Kette will ich treffen. Dann könnte man eventuell hochgehen. Wenn ich jetzt die erste vordere Kette nicht... Ja. Ah, jetzt habe ich es. Ah, ist das geil. Ein erhabenes Gefühl hier die Sache gefunden zu haben. Seid eigentlich das... Ach, das hat nur Einzelschuss. Hier können wir nachladen. Hier haben wir keinen Ausweichmodi. Hier wissen wir es. Den Granatwerfer. Und hier haben wir auch nur Einzelschuss. Ja, mal so durchgucken was die Sachen alles können. So. Hier hat man noch so einen Kran aber da hängt nichts dran. So, jetzt muss ich hier hoch. wo es aussieht. Äh, wo muss ich hier lang? Äh, hallo? Wieso hängt da eigentlich was an der Kette? Okay. Begründung eröffnet. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. dass hier was einbricht. Naja. Hilft ja nicht. So, dann geht's hier weiter. da. Ja.